guten tag und natürlich herzlich willkommen heute zum webinar über das thema jfd invest traden und investieren leicht gemacht ein webinar von natürlich von jfd bank und ein herzliches willkommen natürlich auch im namen von jfd bank der ein oder andere wird sich schon wundern andere stimme anderer redner ja ich bin heute die vertretung für christian kämmerer also nicht wundern dass jemand anders hier redet auch wenn noch in der webinar ankündigung natürlich christian stand aber das ganze ist erst kurzfristig entstanden nämlich erst heute morgen und da springe ich dann mal kurz ein kein problem natürlich heute haben wir übrigens den 27 9 2019 16 uhr das ist gewissermaßen gewohnte zeit für christian genau dann freitags hier ein webinar über jfd invest zu machen jfd invest was ist das eigentlich jfd invest ist einerseits eine trading plattform andererseits ein portfolio management tool dann gibt es trading strategien und all diesen also ich kann daran teilhaben und das ist die funktion von jfd invest in der form dass ich selber quasi in die rolle eines vermögensverwalters gerate weil ich bin jetzt plötzlich in der lage strategien auszusuchen diese in mein konto zu kopieren und vielleicht noch unterschiedlich zu gewichten unterschiedlich zu selektieren ja darüber müssen natürlich heute reden weil diesen job kann ich nur sagen ist ein ziemlich cooler job vermögensverwalter portfolio manager also sehr zu empfehlen und wir gehen natürlich alle schritte durch die dazu nötig sind natürlich gehen wir auf die highlights von letzter woche ein auf die top performing strategie und natürlich die plattform im allgemeinen und natürlich zu guter letzt wie immer natürlich auch auf unser persönliches jfd invest konto das feiert jetzt genau einjähriges schau mal wo wir stehen ziel war 25 prozent brutto gewinn gucken wir mal ob wir das erreicht haben ihr kennt die prozedur wie immer einmal pro webinar muss es gezeigt werden der risikohinweis soll natürlich hier auch passieren wir reden über traden wir reden über investment als flieche und endlich sind natürlich alle eure entscheidungen zu eurer eigenen verantwortung ist glaube ich ziemlich selbsterklärend und von daher aber es muss halt einmal gesagt werden generell noch mal kurz der hinweis wer spezielle fragen hat kann ich natürlich hier stellen oder b einfach mir hier eine e mail schicken e mail adresse ist hier angegeben s punkt friedrich auf ski wirklich komplizierter nachname also redet mich gerne gleich stefan an und at jfd bank.com ihr könnt auch natürlich einfach nur dem support schreiben alles kein problem dann ist es support at jfd bank.com fangen wir mal mit den highlights von letzter woche an highlights letzte woche ähm wir haben dann mal so einen kleinen newsletter den man auch kriegen kann äh zeigt schon mal so in kürze wer der top gewinner von letzter woche war und wir sehen das war goat rush der hat in der woche in der abgelaufenen woche knapp dreieinhalb prozent äh zugelegt und hier sehen wir schon mal in klein auch die grafik dazu die geben wir natürlich nachher nochmal auch in groß genauer ein aber ich will auch gerne noch auf die anderen hinweisen ähm platz zwei und drei der letzten woche war bib generator und hyperion äh hyperion müssen wir uns auch nochmal unmittelbar angucken denn hyperion steht auf einem all time high ähm was heißt zahlen die strategie ist jetzt bei knapp 120 prozent zuwachs und das in ungefähr anderthalb jahren eine ziemlich besondere strategie müssen wir definitiv auch mal drüber reden aber jetzt nochmal zurück was eigentlich wirklich jfd invest und ähm wie kann ich denn da nun wirklich auch dran teilnehmen ähm ich fange einfach schnell und einfach auf der homepage an äh dann haben wir auch genau die gleichen schritte die ihr gehen könnt oder wollt oder nicht müsst ja müsst definitiv nicht ähm wenn ihr teil sein wollt von jfd invest und das ist einfach auf der homepage investing.jfd invest und äh dann landen wir auch schon auf der nächsten seite ähm und hier scroll ich aber erstmal ein bisschen runter um ein bisschen mehr zu sehen worum es denn hier wirklich geht das ist eine tabelle mit den top five ähm performern und da sehen wir auch was für zahlen hier in summe erwirtschaftet werden können natürlich sind das immer historische zahlen aber aus echten live kunden und nach allen ähm trading kosten also spreads und commission sind hier natürlich dabei nachher kommen wir noch zur sogenannten performance fee die ist hier nicht dabei aber das erzähle ich noch genauer wir sehen hier strategien die erwirtschaften in summe ja also äh double digits heißt in englisch ähm zweistellig jetzt komme ich auch aufs deutsche ich bin äh halte das webinar ja sonst immer auf englisch von daher bin ich auch schon in diesem sprachjargon äh dann sehr schnell drin aber ähm natürlich klar ähm also zweistellig oder sogar dreistellig hyperion wir haben ein paar erste äh kennzahlen hier auch noch mit drauf äh auf die tabelle mit eingefügt und da ist insbesondere wichtig equity balance navigation das ist sowas ähnliches wie drawdown nicht genau ähm kommen wir allerdings noch genauer drauf zu nur man sieht schon rote zahl rote äh hohe rote zahl minus 40 prozent da muss das müssen wir ganz genauer angucken ähm was das bedeutet wenn man eine solche strategie folgt ich kann aber hier schon mal vorweg sagen das gute ist man kann natürlich ein portfolio bilden und dadurch nicht alles auf eine karte setzen und somit dann auch dieses drawdown natürlich reduzieren wenn es einfach nur ein teil eine strategie ist andere zahlen die ja auch noch ähm schon mal gelistet sind ist der letzte monat und ähm year to date also ab seit beginn des jahres ja ebenfalls ganz ansehnliche zahlen würde ich mal so behaupten ähm und das ist ein teil von jfd invest wenn ich jetzt da wirklich teilhaben will dann muss ich folgende schritte machen das erste ist ich brauche ein jfd invest profil das ist ganz einfach ähm hier ähm ich sehe gerade ich habe die seite auf englisch das muss nicht sein ähm das geben wir und wechseln wir mal gleich so dann haben wir den registrieren button und ähm das heißt ich eröffne ein profil noch hier noch ist überhaupt kein geld involviert äh das ist einfach nur registrieren mit äh einer e mail adresse und einem selbstgegebenen passwort äh der vorteil ist man hat nachher nochmal ein paar extra details die man sehen kann für die einzelnen strategien ähm kommen wir noch drauf wer mehr interesse gewonnen hat der eröffnet dann wahrscheinlich ein jfd invest konto was ein eigenes und ein extra konto ist also selbst wenn ihr glücklicherweise schon kunde bei jfd seid und ein jfd konto habt für dem folgen dem investieren über jfd invest braucht man ein extra konto und ähm das hat zwei gründe der eine ist definitiv ein vorteil für euch weil ihr folgt professionellen tradern und damit äh soll natürlich auch euer jfd invest konto die gleichen konditionen haben das heißt es hat einen hebel von 1 zu 100 ähm das ist definitiv ein vorteil und nur so kann man auch wirklich eins zu eins äh alles dann sauber abbilden äh deswegen gleiche konditionen der in anführungsstrichen nachteil ist ihr könnt nicht wirklich selber trades eröffnen also trades eröffnen im sinne von ich gehe mal long in euro us dollar oder was ähnliches ne dieses konto ist ausschließlich ähm für das copy trading gedacht also dem folgen von vorgegebenen strategien schließlich endlich verbindet man die zwei naja und dann äh kann man loslegen strategien zu folgen ich wähle mal zunächst den gast zugang weil das ähm geht ebenfalls jederzeit überall und äh auch ohne jede weitere registrierung und dann sehen wir ähm die liste aller strategien äh in wahrheit sind das hier zwei seiten also hier gibt es noch eine zweite seite also wir haben in summe 15 strategien und grundsätzlich ist das erstmal so aufgebaut wie ähm auch die tabelle auf der internetseite was jetzt beginnen sollte auch aus meiner sicht aus eurer perspektive heraus ist der was ich mal den review pro prozess nenne nämlich zu schauen welche strategie ist für mich geeignet ihr merkt ich betone dieses mich das hat einen guten grund wir alle haben unterschiedliche vorstellungen von einem investment da gibt es nicht den den goldenen weg sondern es muss zu unseren anliegen passen mal beispiel für den einen ist ein drawdown also ein ähm ein nach süden gehen im konto also ein verlust von zehn prozent schon äh der völlige horror warum nicht ähm für den anderen der sagt auch wenn das konto mal äh 20 prozent mit minus geht kein problem interessiert mich nicht weiter da fängt es schon an mit unterschiedlichen ansätzen äh wer wie mit invest umgeht dass wir natürlich alle rendite erzielen wollen ist klar aber grundsätzlich haben wir natürlich sowas ähnliches wie diesen zusammenhang je höher das risiko je höher die potenzielle rendite das ist kein naturgesetz aber dieser zusammenhang gilt natürlich schon so grob und wenn ich schon vorhin gesagt habe naja equity balance deviation ist sowas ähnliches wie drawdown ähm zumindest ein teil davon dann kann man das durchaus auch hier in diesen ähm in dieser tabelle schon auf den ersten blick so leicht bestätigt bekommen wir haben die gleichen kennenziffern und jetzt ich betone es nochmal das wichtige ist dieser review prozess macht euch selber auch überlegungen ähm was sind drawdowns die ich bereit bin zu akzeptieren welche summe habe ich überhaupt natürlich zur verfügung und dann will ich diversifizieren also will ich vielleicht einfach mehreren strategien folgen und damit vielleicht auch mein gesamtrisiko ähm minimieren was in aller regel dadurch automatisch passiert was für mich persönlich natürlich der königs ansatz ist möglichst diversifiziert zu laufen und nicht all in all in in hyperion wird natürlich derjenige gehen der einfach sagt okay rendite ist für mich alles und ähm wir gucken es trotzdem mal hyperion genauer an äh durchaus sehr interessante strategie und wenn man eine strategie hier anklickt landet manchmal als erstes auf dem gross also dem wachstum dieser strategie einfach in prozent äh dieses kontos und wir sehen ja also beachtliche entwicklung bis auf 120 prozent jetzt mittlerweile hoch aber wir sehen auch hier schon ganz wichtig fangen wir mal hier sind wir bei knapp 40 prozent und gehen runter auf naja knapp minus 10 prozent das heißt hier ist ein drawdown von durchaus 50 prozent und das ist jetzt wichtig zu wissen weil für den einen passt für den anderen halt nicht es gibt andere strategien die haben da äh kleinere zahlen aber dann auch nicht unbedingt ähm das die gleiche äh performance okay gross ist das eine das andere was ebenfalls auch wenn man einer strategie folgt sehr wichtig ist ist immer zu wissen wie sieht es mit der equity balance deviation aus was ist denn das überhaupt jeder der der selber schon trading konto hat oder hatte kennt wahrscheinlich den unterschied wenn ich ein konto eröffne und keinen offenen trade habe dann sind die zwei zahlen gleich in dem moment wo ich allerdings ein trader öffne kann ja dieser trade der offene trade jetzt ähm sowohl im positiven als auch im negativen sein und immer hier gehen wir hin wenn er im negativen ist nennen wir das genau die equity balance deviation und deswegen auch diese kennenziffer das heißt es gab mal einen zeitpunkt wo diese strategie ähm 40 prozent sogenannter floating losses hatte also buchverluste meine zahlen 10.000 euro vielleicht investiert dann waren da 4.000 euro temporär im minus okay muss man wissen nochmal der hinweis ich kann ja zum beispiel vielleicht einfach ein fünftel meines geldes in diese strategie setzen ja und dann reduziere ich auch natürlich diesen drawdown oder diese diese buchverluste ebenfalls um einen faktor 5 bezogen auf mein gesamtkonto wenn ich alles gleich verteilen das könnte guter ansatz werden um dadurch diese diversifizierung selbst einer solchen strategie ebenfalls zu folgen weil diese zahl hier so wichtig ist haben wir dem auch noch eine eigene grafik gegönnt um die equity balance deviation über der zeit zu sehen und hier sieht man ein charakteristikum dieser trading strategie sie hat so im schnitt ort 10 15 prozent buchverluste also offene trades neben gerade minus sind für den einen ist das nichts für andere die damit genau auch die performance erzielen naja ist das völlig akzeptabel von daher kann ich jetzt nicht sagen muss man haben oder nicht das ist natürlich genau teil dieses review pro prozesses um herauszufinden tauchte was für mich ja oder nein was haben wir sonst noch an statistiken natürlich hier die monthly return table also auf monatsebene was wurde erzielt und idealerweise wäre natürlich hier wenn wir nur grüne zahlen hätten aber das gute ich kann euch sagen zwei strategien haben das nämlich forex gun und butterfly völlig grün also nicht politisch sondern hier mit positiven zahlen weitere statistiken gibt es auch noch um einfach zu sehen wie viele trades wurden hier eigentlich schon gemacht durchschnittlicher verlust durchschnittlicher gewinn alles wird bereitgestellt weil uns ist es wichtig möglichst viele informationen bereitzustellen damit man genau diesen review prozess für die eigene selektion auch fundiert durchführen kann was man auch sehen kann ist welche instrumente eigentlich getradet werden und in dem fall bei hyperion es ist ganz klar eine index dominierte strategie die im wesentlichen den dax und den dow jones tradet und drei symbole noch extra aber bei weitem nicht in der gleichen häufigkeit könnte ja ebenfalls ein element sein eures review prozesses zu sagen ich will eine strategie unbedingt haben die indizes tradet dann ist definitiv hyperion eine gute eine gute wahl dafür was für das schließlich unendlich weil ich es nie unerwähnt lassen möchte in einem webinar gehen wir mal einmal hier auf die details zu jeder strategie gibt es ein minimum investment also das ist die mindestsumme mit der man folgen muss und nicht abgeschreckt sein es gibt auch andere strategien die kommen mit deutlich weniger kapital aus also das ist die eine zahl dann kann man übrigens mal rein informativ sehen dass es 18 investoren gibt die in summe mit dieser menge an geld dem ganzen folgen und hier ist auch noch eine performance fee die wollte ich ja ebenfalls nicht unerwähnt lassen das schreckt vielleicht im ersten moment ab ist aber bei weitem gar nicht so schlimm zum einen es gibt keine management fee das heißt keine so eine grundlegende kosten die um jeden monat einfach abgebucht werden haben wir nicht sondern gebühren werden nur fällig im falle des erfolges und das auch noch high watermark das bedeutet wiederum nur wenn die gefolgte strategie neue höchststände auf monatsendbasis erreicht nur dann sind auch wirklich gebühren fällig und natürlich nur von den gewinnen und dann ist das ganze auch wirklich schon wieder überschaubar und aus meiner sicht auch das faireste was man machen kann als anbieter weil es halt high watermark ist das ist an der stelle durchaus nochmal sehr wichtig vor allem wenn man hier eine strategie hätte die so sinusförmig rauf und runter geht und man dann jedes mal beim hochgehen wieder neue gebühren zahlen müsste nein das ist hier natürlich nicht der fall deswegen high watermark das war schon mal teil des review prozesses für eine strategie um zu entscheiden passt die zu mir ja oder nein jetzt müssen wir uns natürlich auch gold rush angucken weil das war und ist der top performer der letzten woche und man sieht also wir jetzt ganz genau vorhin auf meine die e mail die ich gezeigt habe die noch in erinnerung hat wir sehen da gab es jetzt genau nach dem hoch schon mit den ersten kleinen runter gehen ist in der tat auch richtig komme ich auch gleich nochmal genauer drauf gold rush ich glaube vorhin habe ich gold mine gesagt sorry gold rush natürlich ist eine ziemlich sozusagen besondere strategie erst mal man sieht schon der verlauf hier des wachstums sieht schon mal deutlich verschieden aus der ist nicht ganz so stetig wie bei zum beispiel strategien wie verrückt gun oder butterfly hintergrund und auch bei bei hyperion hintergrund diese strategie macht definitiv nichts in dem mit nachkaufen oder dergleichen nee die strategie ist viel einfacher gestrickt das sieht man auch an der equity balance deviation die abgesehen und das ist eher ein datenfehler aber sei es drum eigentlich ist das hier nah null das heißt riesig große floating losses also buchverluste hat die strategie überhaupt nicht was macht die eigentlich ich kann es euch genau sagen weil die strategie ist womit mal von mir die strategie nutzt einfach statistische wahrscheinlichkeitsvorteile aus und zwar fragt sie einfach für individuelle symbole hey ist montag ein guter tag für long oder ist montag ein guter tag für short daher übrigens auch der name weil es gibt eine allgemein bekannte strategie die ist friday gold rush nämlich freitags geht gold gerne nach norden also long trade nur heute nicht nein das stimmt natürlich auch nicht das passiert natürlich auch an mehr freitagen als heute heute sind schon zwei gold trades sind in stop loss gelaufen weil der gold preis ist heute nach unten gegangen aber es geht um statistische vorteile natürlich ist ein vorteil keine garantie und es geht an jeden freitag nach oben naja zu schön um wahr zu sein aber genau solche abhängigkeiten solche statistischen vorteile das ist das was diese strategie die unmittelbar ausnutzen und das nicht nur für gold sondern wie hier die liste der getradeten instrumente zeigt für ziemlich viele in summe 34 weil hier gibt es noch eine zweite seite diese analyse übrigens ob statistische vorteile für bestimmte wochentage in bestimmte richtungen also short oder long vorliegen vorliegen die ist nicht statisch also die ist nicht in stein gemeißelt sondern die wird alle 26 tage aktualisiert und neu berechnet das heißt es können sich auch dinge ändern ich bin nennen solche strategien immer dynamisch weil sie passen sich dem markt dynamisch an und sind nicht statisch und stur sondern sie kriegen gewissermaßen auch neue regelwerke über eine zeit und das ist ebenfalls natürlich eine durchaus sehr sehr sinnvolle angelegenheit ich will noch eine weitere strategie kurz zeigen dass wir mal einmal sehen dass wir auch strategien haben die in der tat völlig grüne monthly return tables haben da haben wir hier beispielsweise forex gun seine strategie die ausschließlich euro us dollar tradet also nicht wie gerade gold rush gold rush ist ein portfolio in sich selbst also schon die strategie selbst ist ein eigenes trading portfolio forex gun ist wiederum eine strategie die ausschließlich euro us dollar tradet aber das halt ziemlich erfolgreich da kann man auch wieder fragen um euro us dollar ist eigentlich gerade in den letzten zwei jahren nicht so das beste trading instrument weil er seitwärts das ist genau gut für die strategie diese strategie mag seitwärts phasen und dann fühlt sie sich gewissermaßen besonders wohl von daher profitiert sie genau davon dass euro us dollar eher in einer langen langen seitwärts phase ist da ich jetzt heute das webinar mache und die strategie gold rush ja auch unmittelbar von mir stammt will ich euch dafür dazu noch mal einen genaueren einblick zeigen und dazu können wir mal unmittelbar in das master konto gehen master konto heißt natürlich das gilt für alle strategien auf jfd invest es muss natürlich ein master konto ein echtes konto geben mit echtem geld auf dem eine solche strategie auch dann getradet wird und genau das ist hier in dem fall das konto von der strategie gold rush und ich will es mal am beispiel von gold auch mal kurz zeigen und auch durchaus mit dem hinweis wir reden natürlich nur über wahrscheinlichkeits vorteile nicht über garantien aber es ist mal ein ganz gutes beispiel ich mache es nochmal ein bisschen größer das ist eigentlich ein d1 chart jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern wo sind die candles die candles habe ich bewusst hier nicht drin weil meine trades werden immer über linien mit eingezeichnet das heißt eine solche linie ist ein trade und die farbe sagt dann ob der positiv oder negativ war und die länge hat natürlich was damit zu tun wie positiv oder negativ in dem fall und die strategie tradelt halt am freitag letzten freitag war ein was war mit der ein grund für den das top ergebnis auch von letzter woche wobei da durchaus auch andere instrumente über der woche mit reingespielt haben und heute ja genau das was ich sagte heute war das nix mit friday gold long und da sehen wir ja es gab auch andere fehlfreitage aber dann hier ein super freitag also funktioniert die strategie und natürlich reden wir nur über einen wahrscheinlichkeitsvorteil noch weiteres detail strategie macht dann trades kurz nach mitternacht auf das ist alles und hält den trade bis vor nächsten mitternacht genauer noch bevor irgendwelche finanzierungskosten fällig werden würden für die trades die ja bekanntlich um 23 uhr deutscher zeit fällig werden deswegen schließt die strategie alle trades immer spätestens um 22 uhr 30 was den vorteil hat kein overnight risk also kein übernacht risiko und erst recht kein wochenend risiko mit irgendwelchen trades dass mal irgendwie der preis am montag völlig woanders ist als er am freitag aufhörte das macht genau diese strategie aus sie fährt die trades mit einem festen risiko pro trade in dem fall 100 euro und würde dann in einem mit einer investment summe die kleiner ist hier als das konto würde dann entsprechend runterskaliert werden minimum invest ist übrigens 2000 euro für diese strategie gut jetzt habe ich natürlich versprochen ich will auch noch mal das nun einjährige jfd invest konto von chris und mir zeigen dazu loggen wir uns natürlich dann komplett in die plattform ein dann kann ich euch noch zwei weitere details einfach kurz zeigen um so ein bisschen zu sehen wie funktioniert das eigentlich wenn ich jetzt dann hier einer strategie folgen will oder vielleicht auch nicht mehr folgen will fangen wir natürlich an mit der gesamt performance die wir jetzt genau innerhalb eines jahres erzielt hatten also wir haben hier gestartet am 24. september heute ist dann genau das eine jahr um wir hatten fantastische monate bis mai dann wurde es ein bisschen dünner aber in summe beträgt die der brutto gewinn 28,73 prozent 25 war mein persönliches target und da bin ich ganz froh drauf dass wir auch das in summe erreicht haben hier ist jetzt wirklich ein jfd invest konto hinter das kann man daran sehen dass wenn ich jetzt hier auf allocation drücke dann sehen wir natürlich welchen strategien wir folgen und in unserem fall sind es hier sechs verschiedene strategien das heißt wir bilden in der tat ein diversifiziertes portfolio weil so ist zumindest meine vorgehensweise nicht all in in eine strategie sondern dann diversifizieren und dann kommt man auch nicht bei allen aber auch mit kleineren summen durchaus aus um denen dann zu folgen und jetzt mal wieder ganz praktisch ich hätte ja gesagt eigentlich ist man ja portfolio manager und dazu gehört natürlich dass ich jetzt eine strategie ein oder ausschalten kann und zum beispiel ausschalten heißt einfach ich drücke genau dieses button hier stop allocation und schon werden alle trades die von dieser strategie kopiert sind in mein konto alle trades werden geschlossen und kein neuer mehr aus dieser strategie heraus eröffnet so beende ich das folgen eines und genauso einfach geht es mit ich folge also angenommen ich will jetzt der strategie vor x gun folgen dann drücke ich einfach den follow button und dann geht die prozedur los wir haben schon vorhin gesehen es gibt zu jeder strategie meine minimum investment summe und die ist in dem fall 3400 euro ich kann dem jetzt hier nicht folgen weil ich habe dafür kein geld mehr zur verfügung also geld ist natürlich schon da aber ist schon bereits in anderen strategien allokiert also müsste ich erst welche stoppen dann hätte ich auch wieder dafür geld frei hier kann ich dann das ein verändern mit welcher summe ich dem ganzen folgen möchte ich kann es jetzt hier persönlich nicht weil nichts zur verfügung ist das ist das eine das andere natürlich gibt es das sogenannte risk management noch ich drücke mal auf akzeptieren und will euch ein bisschen erzählen was das eigentlich bedeutet risk management ist sowas wie der stop loss auf strategie level also wie der stop loss eines trades kann man hier einen stop loss für eine gesamte strategie auch einführen also wenn der mal beispielsweise bei 50 prozent steht dann heißt das angenommen ich folge dieser strategie mit 3400 euro sobald die strategie meine gefolgte dann ein minus von 1700 euro hat also 50 prozent würde automatisch alle trades geschlossen werden und kein neuer mehr eröffnet das heißt die strategie ist mit ausgestoppt wo man jetzt diesen diesen die zahl hinlegt ist natürlich ebenfalls eine wichtige frage aber es gibt auch hier keine pauschal antwort natürlich würde ich persönlich mich orientieren an der historischen größen wie zum beispiel drawdown und equity balance der variation einer strategie wenn man beispielsweise hyperion hier mit zehn prozent folgen würde wird es wahrscheinlich eher nicht lange gut gehen wir haben vorhin gesehen die strategie hat häufig trades auf mit floating also buchverlusten von über zehn prozent das heißt da würde ich eher automatisch ausgestoppt werden umgekehrt kann es natürlich auch genau mein ziel sein dass ich sage ich will das risiko hier limitiert und deswegen nutze ich hier enge grenzen dann muss man aber auch wissen dass man natürlich entsprechend ausgestoppt werden kann und dafür ist es so wichtig diesen review prozess durchzuführen damit ich halt für eine gegebene strategie genau weiß was kann nennen oder was ist denn zumindest historisch bereits passiert um das mit in meine entscheidungen für die zukunft mit einfließen zu lassen deswegen ist das auch wirklich das a und o und es gibt hier keinen goldenen weg für alle dazu sind wir zu verschieden haben zu unterschiedliche ansprüche und präferenzen was traden und investieren angeht deswegen stellen wir alle informationen zur verfügung um euch einen guten review prozess zu ermöglichen und dann auf basis eures review prozess die entscheidungen zu fällen welcher strategie wollt folgen das gute ist in summe diese allokation diesen job des portfolio managers den ich hier dann noch zu tun habe was wirklich cool ist kann ich von überall aus machen also ich brauche nur zugang zum internet und schon kann ich genau das machen ich kann strategien stoppen neue draufschalten jederzeit und wo immer ich bin sogar wenn ich im urlaub bin wäre das kein problem auch da noch weiter das ganze zu verfolgen beziehungsweise sogar änderungen vorzunehmen man braucht keinen eigenen computer keine expert advisors schon gar nicht irgendwelche gemieteten server alles nicht nötig sondern ganz einfach hier über jfd invest soweit von mir noch mal der hinweis wenn andere fragen noch auftauchen einfach auch gerne mir direkt eine e mail hier schreiben ich komme da gerne direkt auf euch zu und beantworte die sicherlich auch schnellstmöglich da könnt ihr euch sicher sein ansonsten ich hoffe webinar für die für euch informativ und ja ob wir uns dann noch mal wieder hören zum gleichen thema ziemlich wahrscheinlich es wird wieder der moment kommen wo ich wieder christian kämmerer vertrete ich selbst mache die webinare sonst auf englisch zum gleichen thema wie auch andere webinare aber das kennt ihr ihr findet alle webinare auf dem youtube channel von jfd und natürlich auf der homepage auch die möglichkeit sich für die nächsten anzumelden soweit von mir dann naja schöne restwoche und noch ein viel abonniere abonniere abonniere